hallo leute ich bin es wieder und ja ich habe heute mal ein ganz neues video für euch und zwar werde ich heute einen 20 watt bluetooth lautsprecher selber bauen und ich hoffe dass heute ihr video wird euch sehr gut gefallen zumindest mir hat sehr spaß gemacht diesen bluetooth lautsprecher zu bauen auch versucht sehr viel mühe zu geben und ja dafür habe ich auch den ganzen tag gebraucht so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020